So much to learn about, it'll make you wanna shout. Hippie! Hallo! Wie geht's euch heute? Yeah! Wow! Seht mal, wo wir sind! Heute sind wir im Fidgets Indoor-Spielplatz in Las Vegas, Nevada. Wow! Auf geht's! Wir hüpfen herum und sehen es uns an. Wow! Seht's, da ist ein Zug! Wow! Wow! Okay, wir hüpfen weiter durch den Raum. Uh! Was ist hier? Wow! Das ist ein kleiner Bahnhof. Seht ihr? Ganz viele Züge. Wie dieser rote Zug. Oh, hallo, pinker Zug. Hier ist ein pinker Zug. Wow! Hallo! Tschut, 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 tschut. Wow! Uh! Seht mal, hier ist ein schwarzer Zug! Wow! Wow. Ich liebe Züge. Wow. Okay, sehen wir mal, was es außerdem noch alles gibt. Uh, seht mal hier. Das ist ein farbenfrohes Bällebad. Wow. 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 So viele farbige Bälle. Wow. Wow. Was liegt denn hier drin? Wow. Das ist ein grüner Rasenmäher. Damit mähen wir jetzt den Rasen. Sehen wir uns mal weiter um. Wow. 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 Was ist das? Wow. Wow. Es ist ein rotes Motorrad. Ich könnte wetten, dass da noch was für uns drin ist. Wow. 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 Oh. Pass auf. Oh. Fast erwischt. Wow. Oh. Guckt. Ein cooler Bagger. Yeah. Wie im Blippi-Bagger-Fahrzeug-Song. Ich bin ein Schaufelbagger. Schaufelbagger. Hey, Dreck macht dich vom Acker. Okay. Und jetzt krabbeln. Wir ein wenig herum. Wow. Wow. Seht mal her. Das muss der Boden eines Boots sein. Und hier ist Wasser. Seht ihr? Das ist doch ein cooles Boot. Okay. Ich krabbel mal weiter. Uh. Was ist das? Wow. Das sind eine Feuerwehr. Und ein Schulbus. Okay. Jetzt kommt die Feuerwehr. Und legt's richtig los. Das war Wahnsinn. Okay. Das machen wir gleich nochmal. Diesmal mit dem Schulbus. Bereit? Es geht los. Wow. Yeah. Gut gemacht. Wow. Das sehen wir uns mal an. Das Schloss einer Prinzessin. Oder eines Prinzen. Okay. Ich gehe jetzt mal rein. Hallo. Guckt's. Ich bin ein Einhorn. Und noch etwas habe ich hier drin gefunden. Wow. Einen Puppenwagen mit einer Babypuppe. Das ist ein Baby. Hi, Baby. Hallo. Okay. Schlaf gut, Baby. Schlaf gut, Baby. Hoch schlaf gut, Baby. Oh, schlaf gut, Baby. Bye, bye. Gute Nacht. Okay. Wow. Und jetzt rennen wir weiter herum. Wow, seht nur die Stufen, sie sind so farbenfroh Diese Stufe hat die Farbe Blau Diese Stufe hat die Farbe Orange Diese Stufe hat die Farbe Rot Und diese Stufe hat die Farbe Grün Kommt mit hoch Wow, seht mal diesen roten Boxsack Hier drüben hängt nochmal einer Wow Seht ihr, hier ist noch einer Dieser Boxsack ist Orange Wow, wir sind nun oben angekommen Auf dem Klettergerüst Hey, da ist ein Tunnel Kommt doch mal her Hallo Wow, seht mal den Tunnel Wow, ich kann euch alle sehen Okay, ich komme zu euch rüber Jetzt geht's los Ich krabbel durch den Tunnel Wow Wow Das war richtig cool Oh, seht doch mal hier Wow, seht ihr das? Das ist eine gelbe Rutsche Oh, sie hat die Form eines Kreises Und ich darf hier jetzt herunterrutschen Und wenn ich unten bin, dürft ihr hinter mir herrutschen Bereit? Auf geht's, bis gleich Wow Hey cool, nun sind wir runtergerutscht Okay, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch zu rutschen Nun werden wir holen Wow Ich liebe Rollen Oh, hey Was ist das? Wow Hallo Okay, was sagt ihr? Nun bin ich in diesem Häuschen Grab it Grab it Oh Hey Frosch Oh oh Was gibt es noch? Bis bald Frosch Hier bin ich hier? Und wenn wir hier ein Schab Ich bin ein Schauf Ich bin ein Schauf Bäh Ich bin ein Schab Bäh 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 Okay, gehen wir mal weiter. Wow, was kann man hier denn erleben? Wow, 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 ich balanciere. Wow, das war Wahnsinn. Nun werde ich weiter rollen. Seht, wow, hier ist ein gelbes Auto und es kommt. Hier ist noch mal eins. Das hier hat die Farbe Lila. Seid ihr fertig? Jetzt geht's los. Okay. Oh hey, seht mal hier. Das ist eine pinke Kutsche mit einem Pferd vorne dran. Bye, bye. Yeah. Und ein rotes Auto mit einem gelben Dach. Passt auf. Und ein schwarzes Polizeiauto. Es geht los. Und noch eins. Eine rote Feuerwehr. Sie fährt los. Bye, bye Feuerwehr. Wow. Weiter geht's. Kommt mit rüber. Oh, seht mal all diese farbigen Bauklötze. Es sind so viele Farben. Okay. Ich werde sie mal hinlegen und sehen, was dahinter ist. Wow. Yeah. Seht ihr es? Das hier hinten, das ist eine schwarze Tafel. Man kann darauf schreiben. Also, was haben wir heute alles gemacht? Zuerst sind wir gehüpft. H, ü, p, f, e, n. Ja. Hüpfen. Dann sind wir gekrabbelt. K, r, a, b, b, e, l, n. Krabbeln. Und dann sind wir gerannt. R, e, n, n, e, n. Rennen. Und dann? Was kam danach? Ja. Wir rutschten auf der Rutsche. R, u, t, s, c, h, e, n. Rutschen. Und dann? Oh. Wir sind gerollt. R, o, l, l, e, n. Rollen. Ja. Es war ein großer Spaß, all diese Sachen mit euch zu machen hier im Spielhaus. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber wollt ihr noch mehr von meinen Videos? Dann müsst ihr nur meinen Namen eingeben. Ja. Mein Name ist Blippi. Buchstabieren wir zusammen. Bereit? B, l, i, p, 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 p. Blippi. Blippi. Gut gemacht. Bis demnächst. Wow. Hey. Ich bin's, Blippi. Wir sind heute im Priest Point Park in Olympia, Washington. Und ich mache eine Wanderung. Ich liebe Wandern, denn man ist dabei draußen in der Natur. Hey. Apropos Wandern. Ich habe keinen Wanderstock. Ob sich einer finden lässt? Seht ihr irgendwo einen? Oh. Hey. Seht mal da. Das ist der perfekte Wanderstock. Erstaunlich. Er ist so glatt, denn da ist keine Rinde dran. Ja. Und definitiv werde ich davon keine Splitter kriegen. Wow. Seht nur, das ist ein einzigartiger Stock. Er hat viele knorrige Stellen. Ja. Wow. Das ist ein richtig cooler Stock. Okay. Wir testen ihn mal. Wahnsinn. Und er ist wirklich stabil. Okay. Dann gehen wir wandern. Wow. Seht mal da. Wir haben was gefunden. Wow. Könnt ihr es sehen? Das sind Klappmuscheln. Ja. Könnt ihr sie auch sehen? Wow. Sie war einmal vollständig geschlossen. So wie jetzt. Und da war auch mal eine Muschel drin. Aber nun ist sie leer. Wohin ist denn die Muschel verschwunden? Moment mal. Seht ihr das? Das ist ein Hinweis. Hier sind Federn. Ja. Seht. Vogelfedern. Moment mal. Ich frage mich, was ein Vogel genau hier zu suchen hatte. Ja. Vielleicht hat er zu Mittag gegessen. Haha. Okay. Nun, ich nehme mir eine dieser beiden Federn und mache sie in meinen Rucksack. Und später zeige ich euch was richtig tolles. Und eine Klappmuschel mache ich auch in meinen Rucksack. Und dann wandern wir weiter. Haha. Okay. Na los. Oh. Ausreichend trinken. Wow. Seht mal diese Pflanze. Diese Pflanze heißt Fahren. Wow. Eine wunderschöne Pflanze. Sieht so cool aus. Oh. Hey. Da liegt einer ihrer Wedel. Ja. Farnblätter heißen Wedel. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das mit und nutzen es später für eine richtig coole Sache. Ich packe es mal schnell in den Rucksack. Hier hinein. In Rest. Seht ihr dann später. Okay. Dann kommt mit. Na los. Wow. Seht mal da. Wow. Ein alter Baum. Ja. Er stand einmal aufrecht. Und dann fiel er um. Wow. Und wenn Bäume umfallen, verrotten sie. Und bieten dann eine großartige Möglichkeit für Insekten. Ja. Und kleine Tiere sich dort einzunisten. Könnt ihr sie sehen? Ja. Ja. Insekten lieben es, alte Bäume zu fressen. Ja. Denn dadurch gelangen neue Nährstoffe in den Boden. Wow. Hey. Apropos Insekten. Seht ihr dieses hier? Wow. Das ist ein Grashüpfer. Hallo Grashüpfer. Hey. Ich habe da was richtig cooles in meinem Rucksack. Ich habe eine sogenannte Becherlupe. Wo steckst du? Becherlupen sind großartig. Man sieht Insekten damit ganz nah. Und der allererste Schritt ist, sie aufzumachen. Jetzt habe ich es gleich. Und dann darf der Grashüpfer hineinspringen. Los Kleiner. Komm. Na los. Nur rein mit dir. Ja. Perfekt. Oh. Wow. Der Grashüpfer ist jetzt drin. Und wenn ich das schließe, kann ich durch die Lupe sehen. Wow. Und ihn ganz nah sehen. Wow. Seht euch das an. Wow. Hahaha. Wow. Was für ein schönes, kleines Insekt. Haha. Okay. Wir sollten es besser hier lassen. Okay, Grashüpfer. Komm raus. Oh. Geh zurück nach Hause. Haha. Haha. Alles klar. So. Das kommt hier rein. Und ich gehe weiter. Mhm. Bis bald. Ich werde so müde auf meiner Wanderung. Haha. Wenn ich einatme, atme ich Sauerstoff ein. Und ich atme Kohlendioxid aus. Ein Sauerstoff aus Kohlendioxid. Aber hey, wisst ihr was? All diese Pflanzen, Bäume, Büsche und Sträucher, alle atmen sie, ja, Kohlendioxid ein. Und was kommt raus? Sauerstoff. Und was kommt raus? Sauerstoff. Ist das nicht cool? Wir sind das Gegenteil davon. Wir atmen aus Kohlendioxid. Und genau das atmen sie ein. Und dann atmen sie was aus? Sauerstoff. Und wir atmen Sauerstoff ein. Yeah. Wir sind ein tolles Team. Haha. Hey, hey. Seht euch das an. Seht ihr das hier? Das sind Tannenzapfen. Wie viele Tannenzapfen seht ihr? Eins, zwei, drei Tannenzapfen. Tannenzapfen sehen so cool aus. Wow. Hey, Streifenhörnchen lieben Tannenzapfen, weil kleine Samen drin sind, die sie schnappen und dann essen. Mhm. Tannenzapfensamen. Okay. Ich werde das für später einpacken. Ja, für die coole Sache, die ich schon erwähnt habe. Mhm. Okay. Lasst uns weitergehen. Uh, ich sehe etwas richtig cooles. Ich sag euch, was es ist. Ich sehe die Hälfte eines Baumes. Haha. Seht ihr sie? Ja, die Hälfte eines Baumes. Yeah. Haha. Seht euch das an. Das war einmal ein ganzer Baum. Ja. Aber jetzt ist das nur noch die Hälfte eines Baumes. Haha. Oh, das ist cool. Hey, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja. Wenn ich etwas sehe, dann sage ich, ich sehe etwas. Und dann müsst ihr versuchen, es zu finden. Hier kommt das nächste. Ich sehe etwas Rotes. Könnt ihr es sehen? Oh, ja. Seht. Wow. Ein Schmetterling. Seht ihr? Ein roter Schmetterling. Wow. Hey, roter Schmetterling. Wie geht es dir heute? Haha. Hast du Spaß daran, nur herumzusitzen? Haha. Schmetterlinge sind so wunderschön. Okay. Wir lassen ihn in Ruhe. Alles klar. Bye, bye, Schmetterling. Okay. Und weiter geht die schöne Wanderung. Haha. Hey, seht euch das an. Ich habe einen richtig guten Baum zum Klettern gefunden. Wow. Wie. Man muss sehr vorsichtig sein beim Herumklettern. Wow. 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 Was ist das? Ich sehe etwas. Ich sehe den Strand. Wow. Wow. Ich liebe den Strand. Wow. Ich liebe den Sand. Wow. Und ich liebe auch die Möwen. Wow, ich genieße es am Strand zu sein und das den ganzen Tag. Oh, wartet mal kurz. Was ist das? Das hat hier nichts zu suchen. Das ist Restmüll. Müll am Strand? Ich fass es nicht. Das ist so schade. Dieser Strand ist die Heimat vieler Lebewesen und wir sollten die Erde sauber halten und pflegen. Ja, willst du ein schmutziges Zuhause? Nein, ich will das nicht. Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns gemeinsam den Strand säubern. Das klingt nach Spaß. Bereit? Drei, zwei, eins. Seht euch das an. Ich habe einen Restmüllsack. Ja, da kommt dann der ganze Müll rein. Und dann habe ich einen Müllgreifer. Ja, wie eine Kralle. Okay, ich hebe jetzt dieses Teil auf. Alles klar. Ich benutze diesen Greifer, weil ich das auf keinen Fall anfassen will. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher war. Okay. Es geht los. Okay, ich sehe Muscheln. Die sollen auch hier sein. Oh, das sollte nicht hier sein. Das sieht aus wie eine Limo-Dose. Ja, eine Limo-Dose. Alles klar, wir packen sie rein. Perfekt. Wir haben schon zwei Müllstücke gesammelt. Oh, wartet mal. Hier ist noch etwas. Eins, zwei, drei. Unser drittes Stück Müll ist das. Weiter geht's. Haha, ich bin so froh, dass wir diesen Strand aufräumen. Da ist noch etwas. Eins, zwei, drei, vier. Das vierte Müllstück ist hier drin. Oh, noch mehr. Eins, zwei, drei, vier. Föhn. Das hier. Ja, sechs. Wir haben sechs Müllstücke gesammelt. Gut gemacht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Strand ist so dreckig. Hier ist unser letztes Stück. Also gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Müllstücke sind das. Gut gemacht. Das hat so Spaß gemacht, den Strand zu säubern. Alles klar. Das werfen wir hier in den Mülleimer. Bye-bye, Müll. Gut gemacht. Ich hole jetzt meinen Wanderstock zurück. Dann können wir weiter wandern. Da ist er. Jetzt bin ich bereit. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch wandern zu gehen. Wir haben so viel gelernt. Zum Beispiel über Pflanzen. Und dann das Suchspiel. Ja. Ich sehe was. Das war richtig toll. Hey, da waren sogar ein paar Insekten. Ja. Aber am wichtigsten war doch bestimmt die Strandsäuberung, oder? Gut gemacht. Hey, wisst ihr noch vorhin unsere Fundstücke? Ja, da war dieser Farn. Yeah. Ich werde euch was richtig Cooles damit zeigen später. Dann war da noch diese Muschel. Ja. Und dieser Tannenzapfen. Und wir haben diese Vogelfeder. Vogelfeder. Wow. Okay. Ich lege das hier hin. Okay. Also dieser Stock war bisher mein Wanderstock. Dem lieben, langen Tag. Das war toll. Aber jetzt wird er gleich ein sogenannter Reisestock werden. Ja. Die Ureinwohner von verschiedenen Ländern haben sie gemacht, diese Reisestöcke. Sie sammelten Dinge auf ihren Wanderungen und Reisen. Und dann klebten sie sie auf die Stöcke in chronologischer Reihenfolge als Erinnerung, wo sie schon waren. Das machen wir auch. Wir nehmen diesen großen Farn und legen ihn drauf. Ich habe sogar eine orangefarbene Schnur. Ja, die nehme ich zum Umwickeln. Perfekt. Das sieht gut aus. Wow. Ziemlich cool, oder? Okay. Wow. Das sieht so cool aus. Ja. Haha. Wie ein Stock mit einem Farn drauf. Okay. Was noch? Oh ja. Wir haben die Muschel. Etwas knifflig sie zu befestigen. Aber ich denke, wir schaffen das. Und dann haben wir diesen Tannenzapfen. Der kommt hier unter die Muschel. Genau so. Und dann kommt das hier drumherum, damit es gut festhält. Oh, alles klar. Wir sind fast fertig. Hier ist der Farn, die Muschel, der Tannenzapfen und zu guter Letzt die Feder. Okay. Ich setze sie ganz nach oben. Genau hier. Seht ihr das? Haha. Alles klar. Seht's euch an. Wie sieht das aus? Haha. Wow. Wuhu. Hahaha. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Ich hatte so viel Spaß mit euch zu lernen. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir. B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay. Bis demnächst. Bye, bye. Hey, ich bin's Blippi und ich hab gerade getanzt. Aber es ist echt heiß draußen. Ich wünschte, ich könnte eine Pause machen. Tja, keine Zeit für Pausen, wenn man tanzt. Seht ihr das? Wow. Oh, das ist ein Eiswagen und ich liebe Eis am Stiel. Ich finde, wir sollten uns ein Eis holen. Los geht's. Hey. Hey, Blippi. Wie geht's dir? Wie heißt du? Ich bin Julia. Möchtest du ein handgemachtes Eis am Stiel? Ja, ich liebe Eis am Stiel. Welche Sorte hast du denn? Das ist Cha-Cha-Cha. Es ist Mango, Ananas und Chiasamen. Uh, das klingt so lecker. Mango, Ananas und Chiasamen. Mh, das ist echt lecker. Yay, das freut mich. Möchtest du sehen, wie es gemacht wird? Ja, das wäre echt super cool. Super, los geht's. Willkommen in meiner Köche. Wow, schaut euch das an. Das ist so cool. Danke. Als erstes musst du dich fertig machen. Guckt mal hier. Das ist eine Schürze. Jetzt geht's los. Wow. Wow, okay, na was haben wir denn hier? Also, das sind all die Zutaten, aus denen wir unser Eis machen. Oh, sieht aus wie ein Haufen Obst und Gemüse. Ja, ganz genau. Wir verwenden nämlich eine Menge Superfoods in unserem Eis. Also siehst du hier Grünkohl und Avocado und Spinat und Chiasamen. Was ist das? Das ist eine Kokosnuss. Wow, das ist cool. Eine Kokosnuss. Cool. Welche Sorte machen wir? Ich dachte, wir machen Popeye. Popeye? Ja, na dann los. Warte mal, warum es Popeye heißt. Äh, ich weiß nicht. Wieso? Wir verwenden Spinat. Okay. Also hier bitte, halt mal den Spinat. Ich habe vorhin eine Portion gemacht und dachte, wir könnten einfach was dazugeben. Okay, hier ist etwas Spinat. Und was hast du da? Erdbeeren. Erdbeeren. Und zum Süßen verwenden wir Datteln. Uh, Datteln. Haha, alles klar. Komm hier rüber. Oh, okay. So, hier ist die Portion, an der ich vorhin gearbeitet habe. Oh, das ist ja cool. Alles klar. Sieht lecker aus. Na los, geben wir ihn dazu. Okay. Tschüss, Spinat. Und hier sind ein paar Erdbeeren und Datteln. Lecker. So, hier ist es vielleicht etwas anders als in deiner Köche, weil wir hier große Geräte verwenden. Echt? Ha, ich freue mich. Bist du bereit? Wow, guckt mal. Das Ding ist riesig. Was macht man damit? Das ist unser Pürierstab. Wow. So, man steckt ihn rein. Wow. Und drückt den Knopf. Wow. Wow. Da haben wir es. Depüriert das also, bis es flüssig ist? Ja, ganz genau. Wow. Das sieht so lecker aus. Na, und was machen wir jetzt? Jetzt füllen wir es in unsere Formen. Okay. Und ich hole meinen treuen Krug. Uh. Wow. Also sind das im Prinzip drei Zutaten, alle püriert zu einer richtig leckeren Flüssigkeit. So, jetzt müssen wir sie als nächstes hier reinschütten. Ah. Und dann muss man es irgendwie hier durchbekommen. Hin und her schütteln? Genau. Darf ich? Na klar. Okay. Hier kommt noch mehr. Wow. Da sind noch ein paar Klumpen drin. Das ist okay. Hier haben wir noch mehr. Okay. Als nächstes müssen wir... Lass uns schnell die Klumpen rausholen. Wir müssen einfach unsere Stiele reinstecken. Ein Eisstiel. Habt ihr jemals ein Eis am Stiel gegessen und den Holzstiel festgehalten? Das ist, was wir gerade da reingesteckt haben. Das macht sie so praktisch. Okay. Und jetzt tun wir sie in unsere super besondere Stieleismaschine. Wow. Was macht dieses Ding? Es macht alles super kalt. Es gefriert ein Eis in 18 Minuten. Wow. Ich freue mich so. Ich mag Eis am Stiel gern. Hey, guckt mal. Ich stelle das einfach rein. Wow. Also ist es richtig kalt da drin. Genau. Das ist nämlich eine besondere Gefrierflüssigkeit für Eis am Stiel. Wow. Ich kann dir nicht alle meine Geheimnisse verraten. Vielleicht später. Und was machen wir jetzt? Also, während ich normalerweise darauf warte, dass man Eis gefriert, tanze ich. Okay, los geht's. Wuhu. Heißt das, dass es fertig ist? Komm. Alles klar. Schütteln wir die Gefrierflüssigkeit ab. Lassen es trocknen. Alles klar. Ich nehme mal dieses Handtuch, damit wir nicht drauf ausrutschen. Das wäre eine lustige Tanzbewegung. Wir müssen es in die Flüssigkeit stellen. Okay. Und was bewirkt die? Es macht es irgendwie weicher, damit es leicht rauskommt. Eins ist weg. Da ist es ja. Wow. Die sehen so lecker aus. Ich freue mich so. Na los, probier eins. Okay, wie wär's mit dem hier? Wow. Haha. Mh. Lecker. Das ist so lecker. Mh. Das erinnert mich. Ich muss wieder zurück und mehr Eis verkaufen. Meinst du, du könntest auf die Küche aufpassen? Mach ruhig deine eigene Sorte. Unsere eigene Sorte? Das klingt super. Bis später, Blippi. Danke, dass du uns alles gezeigt hast. Kein Problem. Habt ihr das gehört? Wir dürfen jetzt unsere eigene Blippi-Sorte machen. Los geht's. Wuhu. Habt ihr das gehört? Alles klar. Wir werden unsere ganz eigene Sorte machen. Und ich freue mich so. Mal sehen, womit wir arbeiten können. Ihr wisst doch, welches Obst das ist, oder? Genau. Das ist ein Apfel. Okay. Sieht aus, als hätten wir Weintrauben. Lecker. Was ist das? Guckt mal hier. Genau. Das sind Zitronen. Zitronen haben die Farbe Gelb. Wow. Und dann haben wir hier Grünzeug. Wow. Spinat. Wow. Wow. Hallo. Haha. Sieht aus wie Haare. Das ist Grünkohl. Und Grünkohl ist echt lecker. Haha. Und er mag kein Behälter. Haha. Wie lustig. Okay. Packen wir die hier zurück, damit wir weiter gucken können, was für Arten von Obst und Gemüse wir haben. So wie hier. Wow. Die ist so schwer. Das ist eine Wassermelone. Und Wassermelonen sind echt groß. Und lecker. Wisst ihr, welche Farbe die Wassermelone von innen hat? Genau. Rot. Und außen ist sie grün. Okay. Noch ein paar mehr. Bananen. Und Ananas. Lecker. Okay. So. Ihr könnt sehen, dass wir diesen großen Eimer hier haben. Und wir müssen die ganzen Zutaten hier reintun. Wir dürfen die Erdbeeren nicht vergessen. Fangen wir mit denen an. Los geht's. Wuhu. Hahaha. Okay. Das ist Grünkohl. Wow. Ha. Tun wir den dort rein. Wir sind so gut. Oh. Äpfel. Wir könnten den ganzen Apfel da reintun. Aber ich glaube, wir sollten ihn vielleicht besser schneiden. Habt ihr jemals ein Stück Apfel gegessen? Es schmeckt so lecker. Okay. Hier ist unser roter Apfelschneider. Und dann muss der genau in die Mitte. Ja. Genau so. Und dann drückt man ihn runter. Wow. Guckt mal. Das ist super. Erst die Äpfel schneiden. Und dann ziehen wir sie raus. Und dann können wir sie gleich in unseren großen Eimer tun. Wow. Und man tut das Kerngehäuse... Man tut das Kerngehäuse, das in der Mitte ist, nicht hinein, weil es viele Kerne drin hat. Oh. Oh. Apropos Kerne. Wasser Melonen haben Kerne. Haha. Okay. Schneiden wir die Wassermelone auf. Wow. Ich werde sehr vorsichtig mit diesem Messer sein, weil ich erwachsen bin. Okay. Los geht's. Wir schneiden sie so in zwei Hälften. Einmal umdrehen. Wow. Guckt mal. Das sieht so lecker aus. Unser Eis wird so lecker werden. Okay. Ähm. Ich habe eine Idee. Haha. Los geht's. Haha. Wir haben ein paar Bananen. Einmal pellen. So geht das. Tschüss Banane. Juhu. Und dann noch eine Banane. Lecker. Da haben wir es. Hahaha. Lecker. Guckt mal. Sieht das lecker aus oder sieht das lecker aus? Haha. Wow. Und erinnert ihr euch? Wir haben gelernt, was das ist. Die Kokosnuss. Alles klar. Die sind ein bisschen schwer zu öffnen. Aber sie sind es wert. So. Nehmen wir den Kokosnussöffner. Wow. Wir haben es geschafft. Guckt mal. Wow. Guckt mal, wie viel Kokoswasser da ist. Ich will es am liebsten auftrinken. Oh. Okay. Das kommt in den Eimer für... Das Eis am Stiel. Wow. Wow. Lecker. Okay. Jetzt können wir mit dieser Vorrichtung das Kokosfleisch rauslöffeln. Genau. Genau. So geht das. Lecker. Da haben wir es. Alles klar. Perfekt. Bringen wir es hier rüber. Lecker. Oh, hier ist der Spinat. Wuhu. Und dann haben wir noch Weintrauben. Wir nehmen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Weintrauben. Alles klar. Erinnert ihr euch? Die haben wir vorhin benutzt. Das sind Datteln. Los geht's. Wow. Okay. Ich darf die Zitronen nicht vergessen. Wir haben so viele Arten Obst und Gemüse hier drin. Los geht's. Wow. Okay. Nehmen wir die hier und drücken sie aus. Wuhu. Habt ihr schon mal Zitrone probiert? Okay. Probieren wir sie. Wow. Wow. Das ist sauer. Okay. Waschen wir unsere Hände. Und dann zu guter Letzt haben wir noch die Ananas. Wir schneiden die Ananas einfach so. Seht ihr schon das Gelbe? Das sieht lecker aus. Und jetzt nehmen wir diese Ananas-Vorrichtung und tun sie hier oben drauf und dann dreht man sie. Wow. Guckt mal. Und dann zieht man sie raus. Wow. Schaut mal. Und dann nimmt man sie ab. Genau so. Und das wird das leckere Eis schön süß machen. Alles klar. Ich glaub das reicht. Wow. Das ist so schwer. Kommt hier hinten hin. Erinnert ihr euch was wir jetzt tun? Genau. Sie hat uns beigebracht, dass der Eimer hierher kommt. Man nimmt den großen Pürierstab. Wow. Haha. Und pürieren alles. Los geht's. Alles klar. Jetzt ist alles vermischt. Aber wartet mal. Wir brauchen das magische Werkzeug. Den riesigen Schneebesen. Wuhu. Guckt mal. Alles klar. Das gibt ihm Farbe. Haha. Okay. Das kann da drüben hin. Und dann können wir den Eimer hochstellen und den Krug holen. Erinnert ihr euch? Wir müssen was rausschöpfen. Ich freu mich so. Wir schütteln es rein. Holen wir noch eine Portion. Okay. Los geht's. Okay. Wow. Alles klar. Ich glaub das reicht. Schütteln wir es. Okay. Ja. Die werden echt super lecker. Nehmen wir die Stiele. Wow. Das sind ganz schön viele Eisstiele. Haha. Die kommen hier rein. Perfekt. Jetzt müssen wir sie in die Kühlstation bringen. Los geht's. Stellen wir es rein. Wuhu. Geschafft. Erinnert ihr euch, was wir wohin gemacht haben? Das wird eine ganze Weile dauern. Also tanzen wir, während wir warten. Hab ich dein Ding gehört? Ja, das hast du. Das Eis muss fertig sein. Schauen wir es uns an. Wuhu. Alles klar. Ich bin gespannt, welche Zutaten du benutzt hast. Ich auch. Wow. Oh, schön leid. Hier kommen sie. Wow. Guckt mal. Haha. Meine zwei Lieblingsfarben. Ja. Guckt mal. Blau und Orange. Sollen wir mal probieren? Ja. Magst du das Eis? Das ist super lecker, Blippi. Weißt du was? Du musst eins mit rausnehmen und Eis verkaufen. Hm. Super. Alles klar. Komm, wir verkaufen unser Eis. Ha. Eis am Stiel. Eis am Stiel. Wer will Eis am Stiel? Haha. Ich liebe Eis am Stiel. Es hat so viel Spaß gemacht zu lernen, wie man Eis am Stiel macht mit euch beim Mom & Pop Shop in Coaster Mesa, California. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, sucht einfach nach meinem Namen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Na, bis später. Hey, ich bin's, Blippi. Uh, es ist nachts und wir sind auf einem Parkplatz. Es gibt so viele Läden. Wow. Schaut euch diesen Laden an. Es ist der Kinderland-Hallenspielplatz in Las Vegas, Nevada. Kommt mit. Wow. Alles ist hier so bunt. Bevor wir spielen, müssen wir unsere Schuhe ausziehen. Haha. Alles klar. Ein Schuh. Zwei Schuhe. Jetzt sind wir bereit zu spielen. Kommt mit. Ja. Schaut mal. Hallo. Wow. Ich bin in einem kleinen Haus. Ah. Oh. Ein gelber Ball. Guckt mal. Haha. Und ein blauer Ball. Ein grüner Ball. Ein grüner Ball. Ein roter Ball. Und ein orangener Ball. Ha. 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 Schaut mal hier. Ja. Es ist ein Bällebad. Ich spring rein. Ha. 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 So viele bunte Bälle. Wow. Was ist das? Ha. Ein Dinosaurier. Ein Pterodactylus. Ja. Ah. 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 Tschüss Pterodactylus. Mal schauen, was wir noch so finden. Wow. 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 Haha. Wow. Noch ein Dinosaurier. Genau gesagt, ein Tyrannosaurus Rex. Dinosaur. Rock. Dinosaur. Ja. Oh. I love Dinosaur. Ja. Ja. Ich mag Tyrannosaurus Rexe. Tschüss. Haha. Wow. Haha. Wow. Haha. Guckt mal. Das ist ein Stegosaurus. Lasst uns zusammen Stegosaurus spielen. Okay. Bereit? Wow. 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 Haha. Tschüss. Hopp. Wow. So viele bunte Bälle. Spielen wir weiter. Wow. Haha. Guckt mal. Ein Polizeiauto. Wum, 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 wum. Wow. Haha. Oh. Guckt mal. Ein Müllwagen. Wow. Wow. Wum, 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 wu. Schaut, ein Feuerwehrauto. Kommt, wir löschen das Feuer. Oh, ein Kipplaster. Und ja, ein Staubsauger. Haha, alles klar. Schön sauber. Wow, guckt mal, ein riesiger, orangener, stacheliger Ball. Wow, wow, wow. Wow, ha, ha. Uh, guckt mal, ein blauer Ball. Wow, 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 ha, ha. Und das ist ein kleiner, orangener und blauer, stacheliger Ball. Wow, wow, ha, ha, wow. Guckt mal. Ha, hallo. Ha, kommt mit. Oh, eine Rutsche. Alles klar, jetzt geht's los. Wow, ha, ha. Wow, die Rutsche macht so viel Spaß. Oh, es ist so bunt. Ich kletter jetzt nach oben. Wow, 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 wow. Ja, ich bin der König der Welt. Wow, 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 wow. Okay, Zeit runterzuklettern. Uh, ha, was ist das da drüben? Hallo, habt ihr Hunger? Ja, ich bin echt hungrig. Ich war vorhin einkaufen. Schaut euch das ganze Obst und Gemüse an. Lecker. Haha. Mal sehen, was wir zusammen kochen können. Uh, oh, guckt mal. Hey. Wir müssen erst das Geschirr decken. Der Teller und die Schüssel. Oh, guckt mal hier. Ich hab euch Spaghetti gekocht. Alles klar. Lecker. Kommt, wir würzen es. Haha. Mh, lecker. Hier, bitte. Uh, und wisst ihr, was ich noch hab? Mögt ihr Pizza? Ja. Okay. Schaut mal. Lecker. Das sieht lecker aus. Alles klar. Wir können die Pizza mit dem Spachtel schneiden. Uh, schaut mal. Ein Stück Pizza für euch. Alles klar. Perfekt. Hier, bitte. Uh, es ist heiß. Es kommt frisch aus dem Ofen. Damit es noch besser wird, packen wir scharfe Soße drauf. Aber, bevor wir die scharfe Soße drauf tun, probieren wir sie erstmal. Das hilft! Wow, schaut mal hier, kommt her! Wow, das hat unten Räder. Ja, ich lass es rollen! Ja, das war super! Oh, hier ist noch eins. Ich frag mich, was passiert, wenn ich drauf fahre. So, jetzt geht's los! Wow, das hat so viel Spaß gemacht. Oh, noch eins. Alles klar, los geht's! Macht euch bereit! Wow! Ja! Oh, guckt euch diese Konstruktion an! Uh, schaut euch die Stufen an! Die sind so bunt! Das ist die Farbe Schwarz. Was? Das ist eine neue Farbe! Wow! Das ist Kastanienbraun! Das hier ist die Farbe Pink, Blau, Grün, Lila, Rot und Grau! Wow! 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 Guckt mal hier! Wow! Eine Rutsche! Okay, jetzt geht's los! Wow! 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 So viele bunte Bälle! So viele bunte Bälle! Guckt mir zu! Haha! Ich mach's noch mal! Alles klar! Ich werf ihn mit Schwung! Ha, ha! Er ist von der Wand abgeprallt und mir ins Gesicht geflogen! Ha-ha-ha! Wee! Wow! Wow! Passt auf! Wow! Haha! Hallo! Wow! Schaut euch dieses gelbe Netz an! Wow! Guckt mal, was da drüben ist! Wow! Eine riesige rote Rutsche! Wow! Wow! Hey! Guckt mal, was im Weg ist! Wow! Das sind viele große weiche Blöcke! Ich will los! Aber sie sind im Weg! Hm... Wartet mal! Warum rutsch ich nicht direkt da durch? Seid ihr bereit? Alles klar! Jetzt geht's los! Wow! 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 Ha! Es hat so viel Spaß gemacht, hier zu spielen! Im Kinderland-Hallenspielplatz in Las Vegas, Nevada! So! Das ist das Ende des Videos! Wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, wisst ihr, was zu tun ist! Genau! Sucht nach meinem Namen! Buchstabieren wir Blippi zusammen! Bereit? HSV 2 B-l i P-p-i Blippi! Gut gemacht! Alles klar! Tschüüü Hehey! Ich bin's, Blippi. Hier im Tierheim von Pasadena bleiben viele Tiere, die vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Hів, hih! Ich kann's kaum erwarten! Kommt schon! Okay, jetzt sind wir in dem Shop, in dem man Leckerlis, Spielzeug und Futter und vieles mehr für alle Haustiere hier kaufen kann. Okay, was gibt's hier alles? Uh, ja! Jeder Tag ist Katzentag. Das ist lustig, hier fressen die Katzen ihr Futter. Oh, was ist das? Wow, Spielsachen. Wow. Da steht Lammkotelett. Uh, und das ist ein kleiner Fisch. Ich wette, das ist ein ganz tolles Kätzchenspielzeug, denn Kätzchen lieben es, mit Fischen zu spielen. Okay. Uh, Kisten. Toll! Wenn du dein Haustier mal in der Öffentlichkeit transportieren musst, dann wirst du es wahrscheinlich in einer Kiste wie diese hier mitnehmen wollen. Guck, hier ist es auf Reisen wirklich gut aufgehoben. Guck, hier hängen total viele bunte Leinen. Diese Leine hat die Farbe Rot. Uh, und diese Leine hat die Farbe Pink. Uh, ich wette, die Farbe kennst du. Ich habe diese Farbe immer an. Ja, das ist die Farbe Blau. Uh, kommt doch mal hier rüber. Wow. Das ist eine schöne Farbe. Yeah. So lebendig und kraftvoll. Und das ist die Farbe Pink. Uh, young. Noch mehr Leckerlis. Oh, aber warte mal. Das hier sieht aus, als wäre es für... Oh. Ich kriege die Tür nicht mehr auf. Hey, Dosenfutter, kommt. Uh, Katzenfutter. Oh, Futternäpfe. Das sind Hundenäpfe. Oh, uh, kommt mal mit. Wenn ihr zu Hause einen Hund oder eine Katze habt, dann kennt ihr diese großen Pakete. Ja, da ist eine Menge Fressen drin. Und das ist wahrscheinlich für... Hühner. Vielleicht ist das aber auch nur Fressen mit Hühnergeschmack. Wer weiß. Uh, und Leckerlis. Ja. Seht mal hier. Das sind Leckerlis. Und Hunde lieben die. Wir kaufen die Leckerlis jetzt und verfüttern sie dann an einen Hund. Kommt. Uh, darf ich euch vorstellen? Das ist der prächtige Timmy. Uh, und habt ihr das gesehen? Timmy hat eine Fliege. Seht mal, auch ich habe eine Fliege. Aber meine Fliege hat die Farbe orange. Und Timmys Fliege? Siehst du die Farbe? Wow, Timmy. Timmys Fliege hat die Farbe rot. Wow, das ist eine wirklich coole Fliege, Timmy. Hey, erinnert ihr euch noch an die Leckerlis? Ja, Timmy liebt sie. Hey, Timmy, hier ist was Leckeres für dich. Ein Leckerli. Ja, mhm. Timmy liebt diese Leckerlis. Das ist vielleicht so ähnlich wie für uns, ähm, ein leckerer, knackiger Salat. Oder vielleicht auch ein bisschen wie ein Stück Pizza. Yum. Du bist ein Lieber, Timmy. Hier habe ich noch eins. Das Letzte. Uh, okay, lasst uns jetzt mit Pierre und Panther spielen. Da sind sie. Hey. 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 Guckt, der Kleine hier ist Panther. Hallo, Panther. Hm. So süß und so zart. Hallo. Seht? Oh, so süß. Okay, dann lasst uns mal Pierre Hallo sagen. Hey. Huh. Oh. Oh, hey. Oh, hey. Ich frage mich, ob sie Geschwister sind. Könnte schon sein. Sie sehen sich so ähnlich. Hey. Oh. Da drüben habe ich ein paar Spielsachen. Kommt mit. Oh, wie sie das finden werden. Hey. Oh, okay. Willst du spielen? Oh, scheinbar nicht. Hey. Willst du spielen? Mit dem Tennisball? Achtung. Oh. Okay, los geht's. Oh, du willst das hier? Wie wär's? Wie wär's? Damit. Und was hab ich hier? Ein kleines Kätzchen. Das Kätzchen ist ganz verschlafen. Ich glaube, es ist gerade aufgewacht. Das ist so schön, wenn man sich mittags einfach mal zum Ausruhen hinlegen kann. Und genau das hat das Kätzchen gerade gemacht. Ich frage mich, ob das Kätzchen was geträumt hat. Ja. Was ist das? Wow. Das ist ein Katzenspielzeug. Hey, Kätzchen. Hey, Kätzchen. Ich glaube, es will im Moment gar nichts spielen. Obwohl, Katzen total gerne spielen. Es ist wichtig, mit Haustieren zu spielen. Genau. Kitty, 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 Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Das ist lustig. Oh. Uh. Uh. Hier sind so viele Katzen. Und seht mal, wie die hier. Hi, Kätzchen. Hi, Kätzchen. Uh. Und hier sind noch mehr. Oh. Wow. Viele sind am Schlafen. Oh, hey, seht's. Hi. Hi. Uh. Was hast du da? Das ist Pumpkin. Pumpkin ist eine der Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Sie ist eine wundervolle Katze. Und sie kam zu uns, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und wir hoffen sehr, dass sich jemand findet, der sie mit nach Hause nimmt. Oh, wow. Kann ich Pumpkin streicheln? Ja, kannst du. Hey, Pumpkin. Hey, Pumpkin. Oh, Pumpkin ist wirklich klasse und total süß. Hey. Ist sie nicht hübsch? Ja, und wie? Die grünen Augen. Oh, so hübsch. Super. Mach's gut. Tschüss. Oh, das Kleintierhaus. Bin gespannt, welche Tiere hier wohnen. Kommt mit. Wow. Oh, das ist ein toller Raum. Oh, guckt. Hallo. Es pennt. Aber da drin ist ein Meerschweinchen. Oh, das ist lustig. Gut. Oh, und was ist hier? Oh. Hallo, Vogel. Oh, es ist ein Vogel. Schön. Go, go. Süßer Vogel. Oh, seht. Der Vogel war weiß. Und das ist ein weißer Hase. Wow. Guckt euch den Hasen mal an. Hey. Ich habe ein Spielzeug für euch. Es ist hier drüben. Wow. Ich möchte euch meinen Hasenkumpel vorstellen. Ha. Okay. Oh. Wo bist du? Hey, Kumpel. Oh, da ist der. Hey. Haha. Der flitzt hier rum. Hey. Hallo. Hallo. Oh. Hasen haben wirklich große Ohren. Oh. Okay. Kumpel. Hey. Wie geht's dir? Oh. Richtig weich. Und die Ohren sind groß. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war großartig. Yeah. So viele süße Tiere. Okay. Das war toll. Bis bald. Ein Haus, der ist ein guter Freund. Wenn du es brauchst, ist es für dich da. Heikert dich auf, wenn dein Tag mal schlecht war. Und wenn du willst, spielt es mit dir. Hund, Hund, Atze, Hase und Ratte, das sind die Haustiere. Schildkröte und Goldfisch und Schlange, das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Tümmere dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Du musst sie füttern und säubern, manchmal musst du ihnen sagen, was zu tun ist. Sitz, wie du sitzt. Mit manchen muss man Gassi gehen, mit anderen kann man reden. Und der Käfig muss sauber sein. Spinne und Vogel, Ameise und Wurm, das sind die Haustiere. Bommi und Frosch, Hamster und Igel, das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Kummer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Alle zusammen singt mit. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Kummer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Oh, hey, ich bin's, Blippi. Ich habe meine ganze Campingausrüstung dabei, denn heute gehen ihr und ich zelten. Wow, ich liebe die Natur. Sie ist so wunderschön. Es gibt so viele Pflanzen, Baumstümpfe und Bäume. Wow, seht mal hier. Ein Insekt, das sieht aus wie eine Raupe. Wow. Hallo, kleine Raupe. Na gut, wir sollten besser weitergehen, damit wir vor Einbruch der Dunkelheit am Zeltplatz sind. Wow. Hey, seht euch diese schöne Pflanze an. Seht ihr das? Das ist ein Farn. Wow. Seht doch mal, das ist die Farbe Grün. Hey, hier drüben ist ein Baum. Oh, entschuldige Farn. Seht genau hier, das ist ein Baum. Ja, ihr wisst, was ein Baum ist. Da ist etwas Rinde dran und auch noch etwas Moos. Seht, wie hoch der Baum ist. Er ist viel größer als ich. Na gut, mal sehen, was wir hier noch finden können. Wow. Wow. Hey, seht, noch ein Insekt. Hallo. Das sieht aus wie eine Libelle. Hallo, liebe Libelle. Wie geht es dir heute? Na gut. Lasst uns weitergehen. Oh, seht. Eine Spinne. Hey, Spinne. Hast du einen schönen Tag? Ich setze dich mal hier drüben hin, damit ich nicht auf dich trete. Okay, weiter geht's. Oh, Moment mal. Hier sind noch mehr Insekten. Was für Insekten sind das? Das sind Gottesanbeterinnen. Wow. Die sind so cool. Guckt. So sehen sie aus. Hallo. Ich bin eine Gottesanbeterin. Hi. Okay. Ich glaube, wir sind fast da. Ich werde ein bisschen müde. Wow. Seht euch das an. Das sieht aus wie der perfekte Campingplatz. Wow. Okay, gehen wir hier rüber. Und nehmen unsere ganze Ausrüstung ab. Schon besser. Den noch. Ich glaube, ich brauche etwas Wasser. Also gut. Ich packe mal meine ganze Campingausrüstung aus. Yeah. Vergesst nur nicht die Marshmallows. Ja, die sind für die S'mores später. Und die leckeren Cracker. Oh, und die Schokolade. Hattet ihr schon mal ein S'more zuvor? S'more zuvor? Oh, das reimt sich. Das ist albern. Oh, und mein S'mores-Stock. Haha. Woo. Und mein Malbuch. Dann kann ich später im Zelt etwas malen. Das wird so ein Spaß. Also gut. Was haben wir hier denn noch? Nun, wir haben unser Wasser hier drin. Ihr braucht auf jeden Fall Wasser, damit ihr es trinken könnt. Das wird so gemütlich. Und ein blauer Stuhl. Und ein blauer Stuhl. Hier, ein Fernglas. Hier, ein Fernglas. Seht's euch an. Damit könnt ihr Dinge in der Ferne sehen. Zum Beispiel Vögel. Wow. Da drüben ist einer. Hahaha. Hallo Vögelchen. Hallo. Haha. Na gut. Ich leg es hier ab. Oh, und eine Laterne. Seht euch das an. Wow, das ist ein richtig helles Licht Damit könnt ihr sogar im Dunkeln sehen Und eine riesige Flasche voll Wasser Bevor ich ins Bett gehe, gieße ich es auf das Feuer So entfachen wir gar keinen Waldbrand Das wäre wirklich schlimm Oh, jepp, mein Wanderstock Ja, den habt ihr schon gesehen Hilft mir mit meinem Gleichgewicht, während ich wandere Und nicht zu vergessen, mein Zelt Ja, es ist wie ein Haus Denn wenn man in der Wildnis ist Ja, braucht man einen Schlafplatz, oder? Ja, machen wir es auf Ich denke, ich baue das Zelt auf Alles klar, los geht's Ist wie ein Puzzle Wow, das geht von einem Ende zum anderen Und dann habe ich noch eins von den Dingern Nun kommt der lustige Teil Man errichtet das Zelt Seid ihr bereit? Wie sieht's aus? Sieht echt gut aus, hm? Tada, jetzt können wir darin schlafen Wow, ich habe vergessen, meine Schuhe auszuziehen Ja, man zieht die Schuhe aus, bevor man ins Zelt geht Denn dann bringt man keinen Dreck rein Schließlich noch den Reißverschluss zu Wow Das macht so viel Spaß Okay, das Malbuch lege ich mal hier hin Zuerst hole ich meinen Schlafsack raus Yeah, mein oranger Schlafsack Wow 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 Okay, das kommt da hin Und dann geht's los Wow Schlafsäcke sind wirklich gemütlich Ja, sie halten euch schön warm in der Nacht, wenn es wirklich kalt ist Okay, und los Reinkrabbeln Wow Wow Seht ihr, ich werde gut gewärmt heute Nacht Okay Hey, ich habe eine lustige Idee Ich denke, wir sollten malen Ich habe ein paar Wachsmalstifte Ja, ich liebe malen Wenn ich zelten bin Weil malen ist echt Wirklich richtig lustig Und es ist kreativ Es ist wirklich toll Habt ihr mal gemalt? Ja Habt ihr selbst mal etwas gemalt? Denn seht, ihr könnt das ausmalen Ja, guckt Blippi Willkommen im Baumhaus Haha Wow, so ist es gut Ja, ihr könnt eine Seite ausmalen Oder ihr sucht ein leeres Blatt Und dann zeichnet ihr etwas eigenes Vielleicht blau Eins Zwei Kreise Und Hahaha Ein Smiley-Gesicht Mit Na Zunge Äh Okay Aber was machen wir hier drin? Wir zelten doch Draußen gibt es lustige Dinge zu tun Wir sollten rausgehen und Verstecken spielen Was meint ihr? Haha Ich liebe Verstecken spielen Haha Okay Um zu spielen Muss ich eine verstecken Und die anderen Suchen Yeah Okay Ich versteck mich und ihr sucht Okay Also, äh Gut Fertig Zählen Wir Bis fünf Schließt die Augen Bereit? Eins Eins Zwei Zwei Drei Vier Fünf Hallo Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja Hey Ich bin hier Haha Wuhu Gut gemacht Ich bin hier sicheren Umgebung. Seht ihr die Feuerstelle, die ich gebaut habe? Ja. Ja, so kann gar nichts anderes Feuer fangen. Und noch was Wichtiges. Ihr müsst überprüfen, dass keine Äste oder Blätter oder sowas darüber oder drumherum sind. Ja. Also jetzt, wo wir ein sicheres Lagerfeuer haben, ist es die perfekte Zeit für ein paar S'mores. Hattet ihr schon mal S'mores zuvor? Die sind so yummy. Nach einem gesunden Abendessen könnt ihr einen S'more essen. Guckt mal. Hier haben wir knusprige Cracker. Ja, das ist ein Rechteck. Aber ihr teilt es in der Hälfte. Und jetzt habt ihr zwei Quadrate. Yum. Okay. Und dann habt ihr noch einen Zylinder. Ja, das ist ein Zylinder. Seht ein Marshmallow. Und der ist so yummy. Okay. Ich lege das erstmal hier hin. Okay. Eigentlich wisst ihr was? Ich sollte ein bisschen ordentlicher sein mit diesem runden weißen Teller. Na gut. Seht ihr diese leckere Schokolade? Okay. Das ist die dritte und letzte Zutat für S'mores. Ich liebe Schokolade. Ja. Und es sind tatsächlich kleine Rechtecke. Wow. Seht ihr es? Ja. Kleine Rechtecke. Und sie ergeben ein größeres Rechteck, wenn sie verbunden sind. Okay. Das erste, was ihr tun müsst, ist euren Mallow, euren Marshmallow, aufzuspießen. Denn dann seid ihr nicht zu nah am Feuer. Das wäre richtig gefährlich. Ihr müsst einen sicheren Abstand zum Feuer einhalten. Ja. Perfekt. Wow. So rösten wir den Marshmallow. Wow. Er wird schon golden. Wow. Er ist fast fertig. Wow. Das sieht so gut aus. Seht ihr das? Wow. Perfekt. Das wird sicher so yummy. Na gut. Legen wir ihn direkt auf die Schokolade. Und die Schokolade liegt auf dem Cracker. Und dann? Und dann? Und dann? Den Marshmallow. Und dann noch einen Cracker. Und raus damit. Oh. Perfekt. Seht ihr das da? Oh. Ich nenne das yummy, yummy, yummy yummy, yummy. Smart-Dessert. Nom, 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 nom. Fertig. Jetzt ist die perfekte Zeit für den Camping-Song. Schaut mal hier, der perfekte Platz für unser Zelt, in der Natur und im großen Himmelszelt. Wir machen Feuer, rösten, was und singen los. Hey, kennt ihr das? Das ist das Campinglied. Lass uns kämpfen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns kämpfen, bei Sonnenschein. Lass uns kämpfen, ich mag gern draußen sein. Wir gehen wandern und erkunden die Natur. Sehen Tiere und sie käfern auf der Spur. Wir sitzen rund ums Feuer und erzählen alle was. Deshalb macht Zelt uns so viel Spaß. Lass uns kämpfen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns kämpfen, bei Sonnenschein. Lass uns kämpfen, ich mag gern draußen sein. Wir fahren unser Kanu, den schönen Fluss entlang. Über uns die Vögel, hört ihr den Gesang. So ein Spaß, den ganzen Nachmittag. Aber vergiss nicht das Insekten-Spray. Lass uns kämpfen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns kämpfen, bei Sonnenschein. Lass uns kämpfen, ich mag gern draußen sein. Lass uns kämpfen, ich mag gern draußen sein. S'mores sind so yummy. Und Camping macht so viel Spaß. Hattet ihr einen schönen Tag mit mir heute? Ja! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I Blippi! Gut gemacht! Nun gut, ich sollte jetzt wohl besser das Feuer löschen. Yeah! Das war's! Blippi! Blippi! Los kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Blippi!